Fade, Schicksal heißt das. Was? Wie soll ich denn das Schicksal bauen? Da kommen ganz, ganz komische Bilder bei Google. Also, Fade heißt Schicksal. Aaron? Ich weiß nicht, oder? Was bauen wir denn jetzt? Ach, Cupcake, hä? Was war das denn gerade für eine Scheibe? Ja, Junge, als ob wir das bauen müssen, Junge, ich dachte schon. Das ist ja ein Muffin. Warum ist eigentlich Nachtsicht an? Muffin. Wie baut man denn ein Muffin? Cupcake ist doch so ein richtiger Scheiß-Muffin, ne? Ja, ein... Oh ja, jetzt habe ich eine Idee. Ich brauche irgendwas Braunes. Weil jeder weiß, bevor man ein Cupcake baut, baut man erst mal das Papier außenrum, was so richtig kacke ist, was man jedes Mal mit isst, wenn man nicht aufpasst. Ja. Ich baue mein Muffin aus braun und trocken Beton. Ja, aber manchen ist es auch wie Beton, wenn man das isst. Das stimmt. Sind die nicht so pink? Ja, da gibt es in verschiedenen Farben. Ja, was bräuchten die für eine Scheiße. Aber man hat ja fünf Minuten Zeit. Okay, entspannt. Nee, das gefällt mir nicht. Ist schon ja echt schwierig. Achso, wer ihr mitspielen wollt, mindflex.eu. So sieht's aus. Können wir da eine nice Runde Master Builder spielen. Oder hör mal, wer da hämmert. Die ist ja bei uns heiß. Finde ich auch ehrlich gesagt viel geiler, den Namen. Ja, das sowieso. Das Video finde ich auch geil. Dazu. Was für ein Video? Das Intro von... Achso, ja, das Intro ist mega gut. Mein Cupcake ist aus Erde. Oder? Sag doch nicht Cupcake. Sag, mach auf den Heiligen Kral. Oh, das wird gut gepasst, ja. Aber jetzt haben wir das Thema Cupcake. Okay, braune Wolle. Ja, wir haben, wir haben das Thema Cupcake. 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 Bei mir ist der Cake aus Kacke. Wieso kann ich eigentlich keinen Trockenbeton hier reinsetzen? Was, was für ein Trockenbeton? Jetzt wann gibt's in Minecraft Trockenbeton? Ja, wollte ich grad hier reinbauen? Ging. Ich bin das vor allem sehr verwirrend, dass wir jetzt noch 2,7 Minuten Zeit haben. Ich kann das mal kurz hiermit umrechnen, wie viel das in echter Zeit ist. 2,6 nur noch. Scheiße. Wir müssen uns beeilen. Wie ist das denn beim Cupcake? Das ist doch normalerweise... Ist das doch... Also einem Cupcake. Ja, der sieht wirklich kacke aus. 2,3 Minuten noch. Guck mal, Muffeln ist doch so schön mit Schokolade und so und ein Cupcake ist doch mit so Zuckerguss, ne? Ja, das sind die mega aufwändigen, Digga. Genau, die immer die Weiber machen. Ja, genau die. Das ist ja true. Ja, shit. Das sieht irgendwie noch nicht so anders aus. Wenn man nicht weiß, dass es ein Cupcake sein soll, könnte es auch... irgendwie auch Kacke sein. Bei mir sieht es aus wie ein Cupcake. Das ist ja voll dumm. Ich glaube, meins wird explodieren. So, also die Folie habe ich fertig jetzt. So, da kommt nochmal eine schöne Schicht Sand oben drauf. Bei mir kommt Trockenbeton rein. Wolle und Sand. Oh, nee, ich hätte nicht bessere Idee. Aber wohl 1,4 Minuten können das schwer werden. Ich brauche ganz viel Farbe. Wir alle einfach rausgehen. Wenn man keiner Bock hat hier auf die Scheiße. Die ist ja auch Kacke. Wenn du meinen Muffin siehst, Junge, du wirst richtig Hunger bekommen. Warst du noch... Oh, Scheiße. Ja, es kommt total durcheinander mit der Zeit. Äh, was ist das jetzt? Mal mal lieber... Oh, das sieht einfach richtig Kacke aus. Wie heißt denn das? Teppich? Heißt das einfach Teppich auf Deutsch? Ja, das heißt einfach Teppich, ja. Jetzt aber flott, Alter. Jetzt flott. Sieht das schrecklich aus. Ich habe mich doch nie für irgendwas in Minecraft geschämt. Aber das ist wirklich richtig schlecht. Boah, verkehle ich noch. Ich komme richtig in Zeitdruck gerade. Jetzt noch ein paar rosane Akzente reinsetzen. Fertig. Was habe ich noch hier? Partikel. Herzen. Herzen gehen immer. Scheiße, ich bekomme das nicht hin. Oh, ich bin gerade fertig geworden. Shit, das sieht doch aus wie Scheiße. Oh, das ist ja cool. Das ist ja direkt dein, Alter. Das sieht aus, Alter. Nein, das ist cool. Nicht explodieren lassen. Oh, gut. Da liegt noch Wolle, oder sind das die Herzen? Oh, shit. Alter, das ist aber gar nicht so. Das ist kein Kackgack, das ist ein Haus. Und ein Pimmel daneben. Ja. Das bekommt man Eiser Bleeding, weil es ein Pimmel ist. Eiser Bleeding, ja. Komm gleich weg damit. Kajak. Was kannst du eigentlich? Und das sieht aus, äh, wie eine Torte oder so. Das ist ein ECT. Oh, shit, ich hab vergessen zu wählen. Ich war geblendet von dem. Das sieht scheiße aus. Das sind Creeper. Ja. Für die Idee gibt's mehr. Was war das denn gerade? Hast du das auch gehört? Dieses Mau. Ja. Ja. Was war das? Du kannst den Creeper einfach runterschubsen. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das ist doch eh wieder deins. Ne, ne, das ist nicht meins. Och, ist okay. Das bekommt man gut. Ne, okay. Ja, ist okay. Ach, shit, ist das wirklich nicht deins. Kacke. Warum ist das aus Glas? Ich will kein Muffin aus Glas haben. Das tut auch weh. Das sieht geil aus. Das bekommt ein Amazing. Ist das deins, oder? Wow, everything ist amazing. Ist das wirklich aus Glas, echt jetzt? Das ist so ein durchsichtiger... Da vernetzt man sich doch. Oh, shit. So, zweiter. Zweiter, zweiter. Du bist sowas? Und du bist fast letzter. Was? Ne. Die zehn Punkte vor dem letzten. Das ist ja ein Unterschied. Was muss man jetzt? Train. Train, Alter. Rein, rein, rein. Train ist los. Baby, lass uns keine Zeit verspenden. Denn der Reintrain kennt keine Grenze. Was ist das für ein Lied? Wie heißt denn Eisen auf Schweizerisch? Ich hab immer die Sprache anzahlt. Wie heißt denn? Wie sind die Sprache anzahlt? Kennen die das Wort überhaupt? Was ist los mit den Schweizern? Wo ist denn hier Eisen? Wiese Beton? Nee. Schnell, chat. Kann jemand schweizerisch? Ich frag für einen Freund. Wo ist das denn? Eisen. Haben die kein, gibt's kein Eisen in der Schweiz? Habe ich kein Eisen? Vielleicht mit I. Eisen. Ah ja, doch. Hier. Isel, Iselblock. Iselblock. Ach du Scheiße. Echt? Echt, Iselblock? Ja, Iselblock. Jetzt hab ich nur noch 3,8 Minuten. Kacke. Ja. Junge, ich hab echt viel vorgenommen. A la Scheiße. Ich hab die, ich hab die Lok gebaut, die immer, ähm, die immer in oberen Kirchen fährt. Einmal jeden Sonntag. Hä, so sehen doch keine Schienen aus. Scheiße, in der Mitte ist ja Holz, oh fuck. Ich fahr jeden Tag Zug, aber ich weiß nicht, wie die Schienen aussehen. Ja, hallo. Ja, moin. So. So, nee. So sehen Schienen aus. Jetzt brauch ich irgendwas Graues. Grauer Beton. Hat immer ne super Idee im Kopf. Aber. Grauer Beton ist schon mal gut. Ja, richtig kacke. Ich kann keinen grauen Beton auf Holz bauen. Was ist das denn? Wie, wie heißt denn Kohle bei denen? Hellgraue Schuhlockiste. Hellgraue Wolle. Und hellgraue Wolle. Ach ja, mit CH. Die schreiben Kohle mit CH. Äh. Äh. Scheiße. Wie baut man denn jetzt einen Zug hier drauf? Erstmal den schwarzen Kasten. Das fängt meistens alles an. Oha. 2,4 noch. So. Ich glaube, ich werde nicht fertig. Nee. Ich muss jetzt mal hier bei meinen Wörterbuch aufschlagen. So. Das ist so ein schöner Zug. Ich verkaufe einfach unten die Schienen als Räder. Ha. Das ist Trick 17. Das ist Recycel, ne? Ja. Ist das das kacke? Okay. Planänderung. Brauch Glas. Vor allem nur noch zwei Minuten, Alter. Ich hab mich richtig verkalkuliert. Was ist das denn hier? Hä? Achso. Okay. Äh. Ist das dumm? Meinst du so? Aber warte. Schneller Zug. Villager. Nee. Bewohner. Einwohner. Ein Bewohner. Dörfli. Oder. Er schafft Dorfbewohner. Heißt die halt echt bei denen. Ach kacke, der ist hier unten offen, der Zug. So. Du fährst jetzt den Zug. Brauch keine Scheiße. Äh. Äh. Wo kommt denn da der Rauch raus? Ich mach mal einen Schornstein hier hin. Partikel. Weißer Smoke. So. Auf geht's. Snoop Dogg wär stolz auf mich. Anna, ich schaff's nicht mehr in 58 Sekunden. Wenn das mal hier kein Zug ist, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Scheiße. Ich baue noch schnell die Schienen weiter. Denn die sind die wenigsten so aus, als wenn das, äh. Als wenn der Schienen... Oh, der ist ja hinten auch offen. Oh, kacke. Schnell zu war. 30 Sekunden noch. Das passt gar nicht. Kacke. So. Noch ein paar Schienen hin klatschen, dann sieht man das so. Hoffentlich. In viel Fantasie. Darum geht's hier ja. Man sieht eher aus wie ein Tausendfüßler. Scheiße. Man weiß gar nicht, in welche Richtung der fährt. Er kann nach vorne fahren. Ist mir eigentlich egal. Wer ist denn ein Zombie? Ach, Cyborg, Zoro. Achso. Oh, wow. Bin grad hart verlesen. Ja, das ist ja uncool. Das ist ja richtig kacke. Wo ist denn da der Zug? Ja. Ja. Er hat nur die Schienen gebaut. Oh, das ist ja geil. Das ist ja geil. Mit rauchen. Da ist sogar ein Typ drin. Da ist sogar ein Typ drin. Ich muss sagen, es ist okay. Ach, komm. Ach, komm. Ich hab, ich hab, ich hab, das Grüne hab ich gegeben. Gut. Das Grüne ist ja nur gut. Das hier ist aber mehr dafür. Das ist okay. War es da eins? Nee. Was ist das denn hier? Das sieht ja richtig geil aus. It's okay. It's okay. Ach, nee. Ist gut. Du hast die Schienen... Achso, kacke. Das ist gar nicht deins. Das hab ich eins zu gut bewertet. Oh, warte. Das ist auch schon wieder scheiße. Da ist, achta. Das ist so viel in der Kacke. Das... Das bekommt ein Mäh. Da diese Katzengeräusche, die gehen mir da richtig auf den Sack. Ich finde den ganz witzig. Das ist doch deins, der safe. Ja, das ist der Tausendfüßler. Guck mal, was vorne dran steht, Alter. Deutsche Bahn. Der läuft ja nicht mal auf Schienen. Guck mal, wo fährt der Bogen. Der fährt auf den Boden, oder was? Guck mal, was vorne vorsteht, Alter. Was denn? Oh, ich war zu spüren. Deutsche Bahn, circa 1000 Minuten. Scheiße, das ist doch wieder... Das ist doch wieder zu gut hier. Das ist echt ein... Guck mal, der ist offen unten. Das bekommt nur mehr. Der Zug ist unten offen. Da fallen alle Leute durch. Ich habe gerade auch gesehen, Row Everything is Awesome gegeben. Aber warum bist du denn besser als du? Ah, ich bin da zwei Punkte besser als du. Ach, komm. Wirklich. Scheiße hier. Vote for the next map. Fade. Agripa. Radioactive. Radiance. Schienen sind auf den Boden, oder? Natürlich Radioactive. Ja. Hast du auch für Radioactive? Nein. Nee. Muss für Radioactive. Ich diskutiere gerade mit Cyborg, dass meine Schienen nicht auf dem Boden sind, weil das war eine Metro. Die Hochbahn aus Hamburg war das. Die Stadtbahn. Die muss in der Luft sein. Das war genau ein Block. Über Boden, meine ich. Ich kann nicht lesen, was wir bauen müssen. Wir sind auf Mainplex. Schnecke. Schnell. Komm, wirklich. Wollen wir lieber rausgehen? Wir bauen die jetzt. Wir bauen die jetzt. Ach, komm. Ach, komm. Wirklich? Ja. Wir haben deine Schnecke geboren. Grüner Keramik. Aus was bestehen Schnecken denn überhaupt? Schleim. Ja, danke. Ich hab mir vorhin abgeguckt, dass wenn man einfach nicht so groß baut. Was heißt denn Leather auf Deutsch? Also Schalter, aber... Nee, Schalter heißt es nicht, ne? Hebel, ne? Ah, Hebel. Hebel. Ja, oh, das ist ein Hebel. So. Das ist der Unterboden, der Schnecke quasi. Jetzt kommt hier oben noch das Dach drauf. Das ist ja so leicht gebogen, ne? Bei den Dingern. Die gucken ja so leicht nach oben. Haben dann vorne noch ein schönes Gesicht. Oh, ich glaub, diese Runde werde ich mal nicht vorletzt darf. Ich hab da so'n Gefühl. Wenn man groß baut, ist immer scheiße, ne? Man muss echt klein bauen. Ja, ich hab jetzt schon wieder viel zu groß gebaut. Äh. Okay, das wird vielleicht doch ziemlich schlecht. Oh Gott. Äh. Ja, das tut mir jetzt ein bisschen leid für die Schnecke. Komm, wir sehen noch so'n schönes Haus drauf. Bei dem Haus geb ich mir Mühe. Hm. Ich glaub, die Proportionen stimmen mir nicht ganz. Er ist halt ein kleines Haus. Ist halt so'n... Äh. Ja. Ist eher so'n Bunker. Meine Schnecke hat kein Haus, meine Schnecke hat ein Bunker hinten drauf. Ich würde ja diesen coolen Dreh-Effekt in diesem Haus drin haben. Ah, du meinst, ähm, diese Spirale, die die Schnecken im Haus haben? Ja, genau, aber... Seien wir mal ehrlich. Das sieht auch nachher nur wieder kacke aus. Hmhm. Jetzt find ich's aber gar nicht wieder so schlecht. Ich bin hin und her gerissen von meiner Schnecke. Ja. Ja. Da ist meine Schnecke. Das ist ne Schnecke, Sasuke. Da sieht man doch wohl. Kann man irgendwie den Schleim... Ah, ja. Die sehen doch in Österreich bei euch bestimmt auch so aus. Oder? Aber man kann... Okay. Danke für den Tipp. Zeig mir kurz, was man hier abguckt. Jetzt werd ich den Boden aus Schleimblöcken machen. Danke dafür, Kai. Mach gar nix. Man kann den Boden ja sogar abbauen, seh ich gerade. Ja. 1,8 Minuten. 1,7 Minuten. Beeil dich. Sieht aber echt nicht... Sieht einfach wieder richtig kacke aus. Irgendwas fehlt hier noch. Ich glaub, ich mach doch noch hier so ein Muster rein. Jetzt probier ich das nur, ob ich andere Seite auch noch wen bekomme. So. Da, da und da. Braucht die Schnecke noch ein Gesicht. Haben Schneckgesicht. Oh ja. Da nehm ich doch ein... Oh, wer heißen jetzt Knopf auf Schweizerisch? Oh. Ups. Sorry. Was ist denn jetzt passiert? Ich hab mein Mikrofon angehauen. Ne, ich meine, ich häng in so ner Wand drin. Ich häng in der Wand drin. Ich kann nix machen. So. Ich häng in der Wand drin. Ja. Du sollst eigentlich ja mitspielen. Du warst die letzten Runden zu gut. Aron, ich sehe gerade im Livestyl deine Schnecke. Nicht hingucken. Die sieht aus wie ein Stier. Das ist privat. Da ist die Fühler oben. Damit ihr weiß, wo sie hingehen wollen. Ich bin ja mal gespannt jetzt, wie du meine Schnecke findest. Da fehlt aber noch hinten der Schalter, weil das eine männliche Schnecke ist. The time is over. Los geht's. Get ready to vote. Das ist keine Schnecke. Ah, da wollte Spongebob bauen. Und das ist ein Pimmel. Das bekommt n' mehr. Ja. Das bekommt n' mehr Isar Bleeding. Ah shit, so wollte ich das bauen. Genau so wollte ich das bauen. Das ist aber nicht so geil. Das ist nicht so geil. Das bekommt n' ist okay. Ist okay, ist okay. Mehr aber auch nicht. Minecraft Storm. Ah, das ist ja geil. Holy shit. Das bekommt n' gut. Ist doch amazing. Mindestens. Das sieht zwar vorne extrem komisch aus, aber das bekommt n' gut. Aber guck mal, hinten sieht man da hin. Sieht der Schalter, der macht's doch. Das sieht extrem scheiße aus. Das ist deins, oder? Nee, ist nicht meins. Ach komm. Okay, ist wirklich nicht deins. Schade. Mal gucken, ob du da redest, welches du meinst. Ich sag jetzt am besten gar nichts mehr. Ist das dein? Nee, ist so gut wie es du nicht. Das sieht aus wie Gary. Das ist extrem geil. Das bekommt n' gut. Wenn du das jetzt bist, ne? Nee, das bist du nicht. Nee, nee, das sieht aber wirklich gut aus. Meinst du, wie du baust? Das sieht wirklich gut aus. Das bist du. Das sieht extrem scheiße aus. Das bekommt n' man. Äh, wo bin ich denn jetzt hin? Das bist du auch nicht, aber der baut eigentlich so ähnlich wie du. Nein. Das bist du. Nee, auch nicht. Das bekommt n'... It's okay. Ja, it's okay. Bist du das doch? Nee, nee, nee. Shotgun-Tidy ist das. Vor allem, der fehlt noch auf der anderen Seite was. Das bist du. Okay. Das ist echt gar nicht so schlecht. Das bekommt n' das. Da hast du ja richtig Mühe gegeben. Naaaaaah. Wow, ey. Kack. Ey, das bist... Ja, das bist du. Ja, ja. Ey, das ist doch... Das ist doch ein extrem geil, oder nicht? Dass du dich doch extrem geil hast. Die Idee ist nicht ganz witzig. Doch, doch. Er macht so'n Rennen, Alter. Was ist das? Wieso sind hier Bäume? Das bekommt n' It's okay. Das ist okay, ist okay. Beanie Lord. Die letzte Runde gewonnen, glaube ich. 2D ist ja immer kacke. 2D ist Meiser Bleeding. Meiser Bleeding hier. 2D muss man nicht bauen im Minecraft. Dafür gibt's Terraria. T-Jedi 1. Ja, richtig. Vielleicht hat der TJ EDI. Oh, sche... Ja, natürlich. Natürlich. Als ob... 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 Aber jetzt mal... Jetzt mal real talk. Als ob wir die vor... Dritt und vier Letzte sind so schlecht. Fand ich unsere Sachen gar nicht. Nee. Da gab's Schlimmeres. Ich hab aber kurz in die Lobby. Ich hab aber kurz in die Lobby.